Wir gehen jetzt weiter zu den Lightning Talks. Als erstes sehe ich da Bernhard Grabiner. Ja hallo, mein Name ist Bernhard Grabiner. Mein kurzer Lightning Talk hat das Thema Big Data in Städten. Warum das? Weil ich mich in den nächsten zwei Monaten intensiver damit beschäftigen darf und einladen möchte, wenn jemand sozusagen auch einen Aspekt mir mitgeben möchte, auf mich zuzukommen. Ich arbeite im KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung und es findet Ende Mai der Städtetag statt, der einen Arbeitskreis hat zu diesem Thema. Der Hintergrund von mir ist, ich beschäftige mich recht viel mit Open Government und habe sozusagen diese Frage des Blickes einer Stadtverwaltung auf die eigenen Daten jetzt bisher vor allem beachtet im Hinblick auf eine mögliche Veröffentlichung von Daten. Bei Big Data schaut die Sache dann ein bisschen auch anders aus und umfassender. Das heißt, dass wir im Datenschutzrichtlinie schon gefallen und ähnliches mehr. Also da wird es einige Themenkomplexe geben, die zu beleuchten sind. Das wird kein umfassendes, mehrere hunderte Seiten starkes Werk werden, sondern es geht darum, eine sozusagen konzise Handlungsempfehlung für Amtsleiter, Bürgermeister sozusagen zu formulieren. Und wer da was beizutragen hat, bitte auf mich zukommen und mich informieren über eure Sichtweisen der Dinge oder über Literatur, die ihr habt und ähnliches mehr. Dankeschön. Kurze Nachfrage. Für die Leute im Stream, wie kann man dich kontaktieren, wenn man nicht hier ist? Ja, am einfachsten kdz.or.at, das ist unsere Website, dort findet man mich dann auch mit meiner E-Mail-Adresse. Dankeschön.